das ist richtig heftig zeitmarker ist bei 5 5 stunden 18 minuten knapp nämlich auch mit dazu da oben sich ein zehn sekunden wie gesagt parallel zu diesen so diesen gitter einfach links komplett ran und ganz nach hinten gehen ja ich gucke los aber warte noch da kommt ein panzer darum jetzt bin ich durch die wand ich habe überlebt ok klippen leute klipp ist ja ich sehe es krasser scheiß ich will mal gucken dass ich ein kille da oben sich ein das sagen bei welchem punkt b1 gerade lassen wir zu b1 gehen andere seite ok klipp das mal bitte krasser scheiß auf jeden fall richtig krasser scheiß habe eine ich kenne mich jetzt dafür es funktioniert es funktioniert ich bin tot jaja bist du die grad hatte oder ne ne ich habe mich extra tot gemacht so du bist wieder bei dir rein perfekt jungs perfekt sagt einer sagt einer